Gons, wieder auf Nilsson gespielt gegen Geiger, Geiger kann nicht eingreifen und Sivek ist da. Sivek, der eingewechselt worden war für Bamert in der 93. Minute mit den 3 zu 2, zum zweiten Mal damit die Berner in Führung bringen. Gons, steil gespielt auf Nilsson, Geiger, der sich hier düppieren lässt, der zu wenig energisch eingreift und dann ist Sivek da, die Young Boys wieder im Führung.